hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play the secret of mana 2 jetzt beinahe 4 gesagt ja das ist schlechter witzig weiß ja ganz schlecht seiten den setzu 3 ist es glaube ich im japanischen wieder dabei ist der kill wie ihr habt schon gehört am start und wieder mit dabei am start wieder mit dabei ist auch die mary ich grüße die mary hallo so das letzte mal sind wir hier geflohen und sind jetzt hier in der coolen seestadt und hier geht voll die luci ab deswegen gehen wir weg genau weg hier ganz schnell ja die gehen uns sind auf der goldenen straße die goldene straße mit westen und irgendwelchen komischen piechern die wir auch schon aus dem ersten sieben auf mann erkennen die ohne straße die unabhängige stadt da kommen wir daher wir gehen jetzt richtung bergsschlucht bzw handelsstadt bütze ist ja lass uns mal gibt ein hotel in so in diesem druck gab es ein hotel weil ich würde den selbst der bösen war ja die unabhängige stadt als diese ständen zählte auch so ja okay das ist mir jetzt mal eine reise dort zum sektoren das ist eigentlich eine gute idee wir brauchen so ein paar hp da stand sogar also maier die unabhängige stadt ja du bist einfach weg daran du bist schuld mit sie noch bleiben es kostet glück macht man morgens ja morgens ist gut eine schöne gute macht das gut leute das ist ja das was dann mit let's play also das ist jetzt zu sehen also was dort steht elektras tag sehr gut wo wir auch kein elektro dabei haben speichern werden wir natürlich ist klar die unabhängige stadt also das ist jetzt war bis jetzt nur wendel ne heilige stadt wendel ausrufezeichen vielleicht ist sie aber auch so bekannt dass man sie nur als die heilige stadt sagen muss so jetzt möchte ich aber noch mal zurück und gucken was da ist das habe ich gewusst dass du das willst coole mucke kommt dann maier die unabhängige stadt ja weiß was wir auch mal machen können wir können mal in das menü reingucken das haben noch nie auseinandergenommen ja das muss man machen ja gleich noch nach diesem lauf epischen kann diesen heldenhaften epischen mega krass geil kann so ziemlich jetzt stopp boom ein poko push da mache ich mein super ultra ich habe mir nur noch gar nicht voll gehabt sie hier haben wir ein sogenanntes menü hier sehen mir noch mal unsere namen der mary sind die mary ist natürlich dabei der kubi als kill bill eigentlich erwartet nicht reingepasst und der pils kämpfung muss man schon mal sagen und die mary als amazone weil wir wollen ja auch mal das mögliche die wir haben jetzt der tag war sie elektra das heißt die elektro zauber gehen wieder voll gut ab zeit ist laterna das heißt ja tag bei der zeit vielleicht geht auch mit laterna der zeit irgendwas oder vielleicht doppelt elektro wäre dann doppelt elektro schlag oder keine ahnung also das wird sich schon da werden wir mal schauen dann haben wir hier eine statusanzeige zum beispiel von pic ja also hier sieht man auch angriff abwehr und so weiter die ganzen standard sachen die es seit dungeons und dragons gibt und dann gibt es hier noch nennt sich das ein job system ich bin jetzt im moment deep und könnte wechseln zum waldläufer und das ist kein job system das ist eine da kann man sich dann zu einer neuen klasse hochleveln dazu brauchen wir dann dementsprechend gegenstände um diese klasse auch anzunehmen also kann von deep zum waldläufer oder zum ninja werden dazu muss er sich aber dann auch entscheiden ja ich fokussiere ja im moment noch den ninja erfahrung hast du momentan 400 noch was und bräuchte ist noch 100 noch was zum nächsten level so egal daher haben wir die tasten belegungen stehen zeigt insgesamt lässt es schön lesen ist ja was keine fehler hier drin schöne sache ja ich bin doch froh dass gamepad nicht übersetzt oder das spiel spielständer haben wir ja auch super die sehen wir schon öfters ja ja mit die naja das bräuchte man nicht wenn man jetzt als solospieler spielt dann kann man hier auch die strategie wählen was seine mitstreiter haben soll soll guckt man bitte unten rechts und auf das blaue ding ja ich weiß ja noch englisch ja das ist noch englisch das kann man gleich mal hervorheben es ist noch englisch gut weiter natürlich die frage wie man es auf deutsch machen könnte zum beispiel mit dem portteil datei das ja das ja wind steht für windung also wenn da stehen in theoretisch kann man das ja schreiben will man muss halt die buchstaben wenn du kleiner machen und dann können wir mal fans ja auch einschreiben du musst ja doch 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 bei equip haben sie es ja auch gemacht also man kann definitiv längere reinschreiben es wäre möglich dann haben wir hier das inventar ja schon mal glaube ich gesehen vor allem wo ich mich versucht habe auszurüsten langsperr passt deutsch passt also ich achte jetzt auch ich werde auch immer mein kommentar zu geben zu den rüstungen ob die auch wirklich sinnvoll übersetzt worden sind waffen rock ist zwar jetzt ein brustpanzer aber es ist auch eine art von brustpanzer deswegen ist okay es war ein stoff brustpanzer aber okay so jetzt kann man noch rechts hat sie noch bei magic naja da haben wir nun nichts was man sich angucken die aus der ware benutzt deutsche ok hat momentan den rückschlag als standard supermove weil da sind dann die supermove heißt und fähigkeiten drücke haben wir ja noch keine deswegen haben wir das menü jetzt erstmal angeschaut ja jetzt wollen wir mal weiter spiel mal runter und runter und runter und runter weil hier gibt es ja erzählen wir das ja nicht doch aber auch da gibt es was da gibt es diesen strand wo dann diese schildkröte stranden kann aber wie die heißt ich weiß es nicht mehr keine wir haben wir noch kennenlernen ich kann ja nur sagen wie die katze auf der katze heißt katze ja dann habe ich auch also man da ja wer ist runtergegangen okay ich dass wir wieder als im grund sind na das wir haben wir sind gut bei mir auch jeder kämpft kann wir von rechts zu einer beutel hat jeder kämpft um dich du hast in so gut und setzt nicht ein wie ja den brauche ich nicht ich bin viel zu geil dafür ja aber so klar ja man muss jetzt hier jetzt kommt jetzt kommt jetzt du weißt du weißt so ne dann show me let's cut oder nicht ist es ist nur ein an einem boppenfaller getreten ja nur ja klar 23 kannst du doch ab du bist ein bisschen aber es scheint noch synchron zu sein schöne sache natürlich wir ihn auf dem kopf heute hat er mir gar nicht wie heißt es wie das ist die bestie ist egal da warst du wirst du bist du bist du bist du bist doch eigentlich nicht naja wir werden die die kisten oder irgendwann mit dem kippen stelle ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich zu ich bin ich bin ich zu ja keine trufe 100 hp bringt ganz wie in alten zeiten Level up für Kibbel. Ja und ich wähle wie immer was Gutes. Nämlich die Stärke. Ich bin ja Kämpfer, ich brauche Kraft. Sehr gut. Okay. Hier gibt es zwei Wege. Ich glaube ich nehme dann doch mal wieder den hier unten. Weil ich mich, ich dachte hier unten ist ein Speicherding. Bist du der Meinung? Ich dachte ja. Wie werden das rausfinden? Ah, was haben wir denn hier? Dieses Teil heißt, haltet euch fest. Dieses Teil heißt Bane Kuchako. Ist einfach aus dem japanischen übersetzt worden, auf Bane Kuchako heißt halt so. Da werden wir das ganze dann wiederum das englische übersetzt heißt Spring und Spring heißt so viel wie Sprung oder Feder. Theoretisch könnten wir das Teil, sage ich jetzt mal, ins Deutsche auf Sprungfeder übersetzen und das wäre dann schön und das wäre deutsch und man könnte es lesen. Ja, also Special, das war ein Gruß an dich. Bitte umsetzen, weil Bane Kuchako ist nicht würdig, es auszusprechen. Da hätte ich doch lieber gerne Sprungfeder gelesen. Oder wer ist noch der Meinung? Ja, also ich bin auch das. Ich würde das vorher genommen noch mal mal mit Siegut of Mana 1 abgleichen wollen. Falls das Ding da auch einen Namen hat. Ja, kann man tun, ja, okay. Ich weiß es nicht, okay. So im Spieloperator stand es vielleicht drin oder so. Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Bane, Schuhe, irgendwas kann kein Mensch. Ja, also das ist wahrscheinlich irgend so eine Art Fantasie. Nein, nein, das heißt ja so übersetzt so. Ja, na ja, klar. Das heißt ja auch, okay, das ist ein Fantasie-Name. Ja, nein, Fantasie-Name ist anders. Das hat überhaupt keinen Sinn, dann irgendwie zu übersetzen. Ja, okay. Also Fantasie ist nicht ganz, also es heißt ja angeblich Spring, ja, also es muss ja, muss ja von irgendjemandem. Na, ich renne hier schon wieder vor und ab in den Tod. Nein, nein, bis gut dabei. Jetzt ist die Frage, jetzt kommen wir jetzt, glaube ich, hoch. Da kommen wir zu dieser Höhle. Da ist aber noch nichts. Und auch, glaube ich, runter. Ja. Ja. Au, schon. So, hier sind es ganz so voll viele Gegner hier irgendwie. Ja, irgendwie, aber ist voll cool zum Leben. Ja. Das sind Sieg. Juhu. Blöd. Ich höre mich im Sinne. Okay. Also wir sind schon dann fertig. Ja, ja. Du hast noch 30. Ja, ich weiß. Das ist schon wieder am Sterb. Ja, es ist ein Führer. Das ist eben so loser vorm Herrn. Ja, mit seinen drei Wiener und Blüder. Ja, du musst mir auch so fünf. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Immer muss ich. So, du kannst ja mal die Mary heilen. Von Mary heilt sich selber. Nee, nee, nee. Mary heilt sich mal selber. Damit sie das auch mal gemacht wird. Aber das ist doch noch vom Leben her, oder? Nee, heil dich mal, heil dich mal. Ach nee, du. Ach nee, das ist doch. Aber Mary kann ja mal den Kielbill. Ja, das kann man. Das wäre mal ein interessantes Sache. Hochdrücken? Nee, nee. Achso, doch, du hast Bomben schon. Ja, okay, passt. Auf mich dann, ja. Ja. Bei später in Mary kriegt gute Zauber, wenn sie dann einen aufgefassenden Mage macht. Correcto mundo. Dann muss sie dann öfter mal ins Menü. Yep. Super, hat ja wunderbar funktioniert. Okay. Okay. Ach ja, jetzt hier dicht, glaub ich, alles. Jetzt sind wir schon im Bützer. Nee, nee, sind jetzt die Bies oder irgendeine, nee, die ist, äh, ja, Dieves sind dort. Holt! Die Ender-Gilder hat erfahren, dass Altena eine Invasion plant. Ja, ja. Fremden ist der Zugang zur Stadt untersagt. Geht jetzt. Hier war auch mal ein Fehler in der Projects Version. Aber da ist mittlerweile alles behoben worden. Das ist gut. Goldene Straße des Todes. Glücks. Die goldene Straße des Todes. Aha. Aber wenn du irgendeinen Namen sagst und dann dahinter des Todes sitzt. Klingt das gleich viel mehr so. P-P. Dann ist das sofort eigentlich total ultra. Das ist wie Kill B des Todes. Oh ja, der Kill B des Todes. Oh ja, der Kill B des Todes. Ja. Oh, jetzt. Mary. Mary Hart. Ja, was mach ich denn? Hm. Totalität wäre auch nicht schlecht. Ja. Hm. 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 Letch mach man das mal Vitalität. So gut. Ja, mm. Ja, yani. Mit dem JB réalité ist immer auch eine gute Wahl. Ja, ja. Kann ich nur bestätigen. Ja. Da geht man nicht so schnell Abbrauch. Abbrauch. Gabumm. Cait comen despairs, ne? Ja, kann man natürlich tun, ob man Gelder, ne? Ja. Irgendwann schon, ne? Alex? Ja, du, wenn du auch mal im kurs muss man ja gerade du als die bau ist es nicht ausweichen agilität dann wird dann nicht alle zu verrecken ja agilität geht gerade nicht und vitalität auch nicht intelligenz und geister glück dann machst du die truhe noch auf ja eigentlich eigentlich ja schon aber stopp schon sehr viel glück aber ich habe immer gelesen dass das glück kam ich glaube das hat hier auch keine Auswirkungen auf truhen dachte ich mal gelesen sagen ich bin mir nicht sicher aber schreibt es in die kommentaren wenn ihr uns besser bist schreibt es in die kommentare jetzt muss man ja bevor wir den potten zumindest haben wir eine level runde gemacht kann man nicht sagen oh ja hatte den sound die kippe hat den sonnen du hast den ton ja das spiel speichern ja man muss immer jetzt in der schlucht des todes können er hat die wird gespeichert worden werden muss ja ich habe gespeichert okay in der bergschlucht sind nicht so wir sind noch dabei so und ja so noch Prozent kommt der Kommission auf Bärthi oder umso mehr noch gehen wir müssen jetzt darüber passt schon so später geht es dann unten auf aber jetzt noch nicht wir müssen jetzt über eine gewohnt worden jetzt kommt hier die krasse animation ja 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 ich kann mich erinnern script sequence ja hallo hexe was das ist ein soldat ja soldatin das ist ja das ist eine warte mal warte mal warte mal warte mal das ist nämlich ein punkt den hat man nicht bei brüchig auch soldat aber das ist eigentlich eine soldatin das sind alles frauen und dann hatte ich mal im japanischen vielleicht kommt der soldat jetzt erst vor links rein gerannt nein nein das sind alles frauen die meint die damit und das ist nämlich die frau eigentlich sind das soldatinnen und auf japanisch wenn du guckst haben sie sogar hexensoldaten oder so genannt also irgendwie sowas müsste schon mal genau recherchieren auch wer weiß man auch noch mal schreiben aber sollte müssen gucken ob es weil das das könnte so noch so noch als besonderen begriff sein dass wir ja aber soll ich da das eigentlich muss genau betrachtet falsch ja weil ist eigentlich ist es eine hexe er muss nexen soll dort oder irgend so was aber oder soll dort hin zur not auch noch aber das sollte mal ruhig noch mal zirka nicht schauen gut ich sage ich bin seit Jahren wer seid ihr um muss hier aber anders drücken okay ich okay truppen aufs forsehner jetzt da ihr uns gesehen habt müsst ihr sterben oh ja da freue ich mich den ganzen tag schon drauf hey hey ladies immer mit der ruhe guck ladies ist ja ganz klar w-w-was warte auch wenn es gründe gibt das kann ich nicht zulassen ihr habt euch von dem bösen ihr habt euch den bösen verschrieben nicht wahr lasst lasst die steel toys das würde ich auch übersetzen los kennst du sie auch auf der brücke ein verstanden gotcha steel toys das sind die steuern ja das ist eigentlich kill roy oder so hießen die ja dann in der originalversion in der ersten version könnte man definitiv auch noch mal übersetzen denke ich glaube was sagst du das musst du weißt was die dinger wut 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 die machen uns platt ne die müssen wir bleiben aber die sind schwer jetzt muss man echt aufpassen wo ja ich weiß das ne ne ist jetzt natürlich blöd ja wir haben ja gar nichts hier ey die sind auch schwer ne ja man lag einfach bonbons kann man die rausholen mit ne im kampf nicht ne im kampf nicht scheiß es ist blöd ne auf jeden Fall sind die schwer ne das soll ich sein das muss man halt durchschalten 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 ich bin gleich tot ja die machen irgendwann so ein special move wo sie sich so tränen verdammte axt jungen ah jetzt komm ich da auch jetzt bist du ich äh du bist jetzt ich das ist super move komm tu es du musst jetzt durchschalten wow fucking kacke pick macht's nein goddammit pick ist aber so haben wir auch das mal gesehen ohja toll wir haben soeben ein game overlebt nein oh net square soft kommt man direkt wieder zum screen ja wir haben genau gespeichert wir können ja direkt dort nochmal laden ja tja ob wir diesen Kampf sehen werden weiß ich nicht doch fortsetzen doch weiss ich nicht achso du meinst von der zeit ja mhmhm eigentlich sind wir nämlich ran ja ist aber blöd wenn wir dann so eine ende ablaufen lassen eigentlich musst du es nicht bringen naja ok also das heißt aber jetzt gehen wir erst mal wir wir kommen jetzt erst bei uns die die schnungs wir brauchen bombons gucken wir mal ins startmenü haben wir noch welcher ja warte zurück klopp klopp ja items zwei bombons ah ja da drüben ist jetzt nicht so viel aber ja mal hin was wir machen was ja vielleicht wenn man sich weg dann geht ich 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 würde mal sagen ich versuche mich zurückzuhalten und wir wir klappen alle auf ein ja können wir auch machen probieren probieren ja sehr gut gut wir probieren das zum vorlesen brauchen wir jetzt nicht noch mal haben wir ja gerade eben gemacht warte mal hat jetzt jeder den richtigen ich bin nämlich ließ glaube ich ja ich bin ich bin dies jetzt okay okay wie kommt das zustande ja jetzt bin ich hier passt mal wieder ja es ist jeder wieder sein es wird wieder ein großzügiger schnitt minimal geben aber gut ach ne wir sind ja blablabla wer von ich muss jetzt wieder drücken keine Ahnung irgendwer drückt wir müssen alle sterben wir werden alle sterben aber diesmal werden wir sie umbringen und stilte wissen wir noch nicht ob wir so auf welchen gehen wir nach rechts oder links auf den rechten ja da haben wir mehr platz zum ausbrechen ja jetzt direkt nach unten ab und schlag den legen erstmal einen rein so oder nicht nicht mary ich heile dich ja doch nicht jetzt bist du bei mir auf 0 hp so gut ja ich werde dir mal ein lebenswasser vorgeben vergeben ah ich kann auch nur ja kannst auch nur es geht immer nur weil lebenswasser geht immer nur was das okay wir haben uns wieder am start nein du hast irgendwas anderes gedrückt du hast irgendwas krasses gemacht aber du hast glaube ich das kraut da genommen du hast glaube ich das kraut da genommen ich habe ihr ein lebenswasser doch ohne schweiß nein die lebt nicht die ist doch tot voll heftig lebt sie bei dir ja die rennt hier bei mir rum und greift jetzt hier sogar an ne da bist du voll im arsch aber wahrscheinlich eher zufällig immer den jetzt gehe ich ja von den raketen nachher nein du hast mir was voll krasses gemacht jetzt guck mal wieder wechseln wir müssen wieder ja er hat doch die kraut gedrückt bei mir dass es die tageszeit gewechselt hat ja genau hat bei mir auch irgendwas gemacht dass die tageszeit ist okay krass ist natürlich heftig ne ich mache jetzt mal bei mir grad die roboter tot ist ja alles kein problem bei mir startet alles game neu ja bei mir auch also ich habe jetzt gerade den kampf gewonnen juhu wir haben gewonnen sieg Moment ich riesig euch mal ja damit ihr das auch seht ja voll toll ja ihr habt richtig gut gekämpft was ich sage ja wir waren geil ne oder total das könnte öfters bei den bossfights vielleicht vorkommen ne wer weiß wer weiß ja er explodiert bam oder wie es bei anderen äh mangas schon dargestellt wurde kablam hm 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 killbit was ist los mit dir du liegst das offen ah ok hey sind alle in ordnung wundervoll die brücke ist zerstört zum drüber springen ist es etwas zu weit irgendwelche ideen ja wir machen jetzt eine ende eine pause sehr gut ja das war es erstmal also zukünftige kommentare kommen ab dieser folge lesen und berücksichtigen ja jedenfalls sehen wir uns dann wieder wenn es wieder heißt let's play secret of mana 2 der deutschen übersetzung von den g trends genau ähm ja es war mir eine ehre mary ja und das war mir eine ehre kebel wir versuchen es demnächst etwas backfeuer hinzubekommen mit dem spiel ja ich hoffe man hat sich so doll mitbekommen genau jubes dot ja 6 so ja also wir sehen uns macht's gut bis dahin und tschüss tschüss tschau tschüss tschüss tschüss